Laut dem Online-Portal Sportbazza soll Borussia Mönchengladbach 96 Stürmer Ilas Bebu verpflichtet haben. Wie das Portal berichtete, würden die Fohlen von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen. Laut dieser Klausel könne der 25-jährige Hannover 96 für eine festgeschriebene Ablösesumme von 10 Millionen Euro verlassen. Bilder Galerie Transfermarkt Transfers der Bundesliga 48 Bilder Obwohl der Stürmer seit November verletzungsbedingt kein Spiel machen konnte, seien die Fohlen laut dem Bericht bereit, die geforderte Summe zu zahlen. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl wollte einen fixen Bebu-Transfer allerdings nicht bestätigen. Die Meldungen, dass der Transfer von Ilas Bebu zu Borussia fix ist, sind totaler Quatsch, so Eberl auf der Gladbacher Pressekonferenz. Meist gelesene Artikel Fußball, DFB Pokal DFB Bayerns Elfer Fehlentscheidung I. Punkt. Fußball, Premier League, bitterböse Abrechnung mit Porgpa, Fußball, DFB Pokal, den Elfmeter kann man geben, aber, Fußball, DFB Pokal, Bayerns Tanz auf der Rasierklinge, Fußball, und S-Ligas-Devents, vielsagende Derby-PK-Let's-Block-Ets. Untertitelung des ZDF für funk, 2017